Musik Hi, mein Name ist Jan Kretschmer, ich bin Reviejagdmeister und der Inhaber der Jagdschule Kretschmer. Hi, mein Name ist Roman von Fürstenberg, ich bin Reviejagdmeister und Inhaber der Jagdschule von Fürstenberg bei Hamburg. Guten Morgen, ich bin Karl Gosling, ich bin tätig seit 2003 als Prüfer für den Landkreis Lehe und mittlerweile auch 15 Jahre als Ausbilder, Jungjäger-Ausbilder. Jan Kretschmer und ich haben in den letzten Jahren das E-Learning-System mit dem Parai Verlag aufgebaut. Wir bieten als einzige Schulen in Verbindung mit einem E-Learning-System die passenden Praxiskurse und die monatlichen Prüfungen. Und wir beiden werden jetzt mal als Ausbilder, die wir eigentlich sind, in die Fußstapfen der Prüflinge treten und uns von Karl Gosling als Prüfer prüfen lassen. Der hat eine Erfahrung von etwa 10.000 Prüflingen und wir schauen mal, wie wir uns das schlagen. Musik Das ist eine Patrone mit einem Flintenlaufgeschoss. Sehen wir daran, dass hier vorne das Blei offen liegt vom Geschoss und wir können dann damit Schalenbild schließen. Erkennt man daran, dass es vorne offen ist, das Beigeschoss ist sichtbar und fühlbar. Stabilisiert nach dem Fallprinzip. Wir sehen hier auch diesen Filzfropfen. Können wir einsetzen, um aus der Flinte oder aus der kombinierten Waffe, aus dem Flintenlauf auch Schalenbild zu schießen. Einsatz bis maximal 50 Meter, wobei das eigentlich heute nicht mehr großartig gebraucht wird. Hat aber trotzdem eine gute Stoppwirkung, gerade bei Hundeführern oder so. Wellen nachsuchen, wird das noch einigermaßen eingesetzt. Auf den Gesellschaftsjagden halte ich da persönlich nicht viel von, weil die Ablenkung oder Abprallgefahr doch relativ hoch ist. Die meisten, die eigentlich auf der Niederwildjagd sind, da erwarten wir Hasen und Fasane. Dann stopfen die die Dinger rein, wenn da doch mal Sauen im Schilf sind und keiner weiß so richtig, wo die Flinte eigentlich hintrifft. Dieses Geschoss hat mir gerade schon, aber ist dasselbe auch ein Flintenlaufgeschoss, nur in... Und das ist die bleifreie Variante. Das ist eine Schroppatrone vom Kaliber 12, 70. Was heißt 70? Welche Länge ist damit gemeint? Das ist die abgeschossene Patronenhülse nachher. Jetzt hat die ca. 60 und wenn sie abgeschossen ist, ist sie dann um 70. Ja, und Kaliber 12 ist, soll ich das mal erklären, oder... Also aus einem englischen Pfund Blei hat man eben zwölf gleich große Kugelteile gegossen, Kugeln. Und das ist eben dann der Durchmesser des Laufs. Das ist eine Rotweiß-Steelgame, also eine Stahlschrotpatrone im Kaliber 3,25 Millimeter. Und da haben wir noch die Nummer 4, das ist die englische Ziffer dafür. Also die Gefahrenzone dafür wären dann 325 Meter mal 100. Und dieses hier, was sind das für Teile? Das sind Posten, also große... Ab wie vielen Millimeter sagen wir das? Ab Literatur, also entweder ab 4 oder ab 6. Ich sag mal, die meisten, ich glaube, zwischen 4 und 6 gibt es nicht viel, deswegen würde ich es als 6 definieren, alles was größer ist. Das heißt, es sind wenige große Kugeln, größerer Gefährdungsbereich natürlich dadurch, wenn die ein hohes Gewicht haben, und wenig Deckung. Wenn da zum Beispiel zwölf Kugeln nur drin sind, habe ich natürlich in meiner Schrotgabe, die ist ja keine richtige Schrotgabe mehr, eine Postengabe, habe ich relativ große Löcher. Hier, im Ausland wird da teilweise auch Schalenwild mitgejagt. In Deutschland ist das nach § 19 Bundesjagdgesetz verboten. Was wir hier damit schießen dürften, wäre zum Beispiel auch Raubwild. Es macht aber eigentlich in meinen Augen nicht wirklich Sinn, da ist Schrot über den Schockschrot mit der Deckung vorzuziehen. Das brauchen wir bei uns noch mal. Das wird fast nicht mehr benutzt. Nein. Gut, was haben wir hier dann, so diese Patronen hier zusammen. Was sagt der Jäger, was sind das für Patronen, Jan? Das ist erstmal Kugelmunition. Ja. Und wenn ich mir das so angucke, ist das erstmal so Schonzeitpatronen. Schonzeitpatronen. Schonzeitpatronen, genau. So diese ganzen 22er, wie 22 LFB, 22 Hornet, 22 Winchester Magnum, sind Schonzeitpatronen, wenn beispielsweise ab 31.01. die Jagdzeit zu Ende ist für Rotwild, und danach noch die Älstern frei sind, dann könnte man damit, oder eben der Fuchs, dann könnte man den eben bejagen und würde nicht so viel Lärm im Revier machen. Gut, okay. Diese beiden vom Hülsenaufbau hier, könntest du die aus einer Waffenart verschießen? Nein, die hier ist eine Patrone mit Rand, die werden aus Kipplaufwaffen verschossen, und eine Patrone mit Rille, ohne überstehenden Rand, die üblicherweise in Repetierwaffen verschossen werden. Popkaliber hier, dürftest du die aus einer Waffe verschießen? Hier haben wir die Kaliber 8x57i S und 8x57i. Nein, das kann ich nicht. Aus der 8x57i, das ist alte Kaliber bei der 8x57i, darf ich die S-Patrone nicht verschießen, die hat nämlich einen Zehntel Millimeter größeren Geschossdurchmesser. Das kommt daher, man hat das Kaliber mal für militärische Zwecke entwickelt, und hat dann festgestellt, dass der Laufverschleiß relativ hoch war und die nicht so präzise waren, hat dann den Geschossdurchmesser vergrößert, dann waren sie präzise mit geringem Laufverschleiß, aber ich kann natürlich die neuere mit der 8x57i S oder I-RS mit Rand für die Kipplaufwaffen eben nicht aus den alten Läufen verschießen und man hat 1939 verboten, Läufe in dem alten Kaliber I oder I-R auch zu fertigen. Okay. Die sind heute nicht mehr gebräuchlich. Und die anderen, die kannst du nochmal erklären hier? Hier, was haben wir da? Okay. Ich habe hier eine Patrone im Kaliber 30.06, das ist eine Teilmantel Rundkopf, ja, also man sieht das fast gar nicht, wenn man guckt, aber Blei raus. Es gibt ja so einen Spitz oder Flach, ja, das ist eben so, ja. Von dem Hersteller Lapua, 30.06 bedeutet 30 ist das Kaliber, also mal 25,4, 0,30 mal 25,4 ergibt 7,62 Millimeter, das haben, egal ob das 308 oder 30.06 ist und 0,6 ist sozusagen das Herstellungsjahr, das Einführungsjahr dieser Patrone und ja, die Hülsenlänge kann ich erstmal so nicht bestimmen, das weiß ich nicht. Das steht jetzt auch nicht auf der Patrone drauf. Gut. Dann habe ich hier eine 308 vom Hersteller Noma, auch da wieder mal 25,4 ergibt 7,62 und hier habe ich dann ein, das müsste bleifreies Geschoss sein, ja, da hat man oben auch eine grüne Spitze, das ist dann eher so ein Zerlegungsgeschoss, also überwiegend ist das ein Zerlegungsgeschoss mit dem Blei, das bedeutet, dass viel Energie der Patrone und Material natürlich im Wildkörper drin bleibt und so ein Deformationsgeschoss lässt eigentlich fast 100% des Gewichtes am Geschoss dran und ja, aber es gibt auch, es gibt trotzdem aber auch Bleigeschosse mit so einer grünen Spitze, das sagt nicht immer was aus, aber das wäre jetzt eben ein Spitzgeschoss, muss nicht unbedingt sein, es gibt aber eben auch viele Hersteller, da muss man sich das angucken, genau, so. Das hier ist eine 8x57 IHS, das bedeutet 8mm Geschossdurchmesser, 57er Hülsenlänge, I steht für Infanterie, R steht für Rand, für eine Kipplerwaffe und S steht für stark, für 1,10 stärker, Brennickel ist der Hersteller, die Patronenhülse hat hier eben ein Rand und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, müsste ein Tick- oder Tockgeschoss sein, ja, also gibt es verschiedene, das ist eben nur, wie viel Blei oben oder unten da abgelagert ist, aber hier oben hat es dann eben eine Teilmantelpatrone, gut Blei raus, Teilmantelrundkopf und die haben noch hier so ein scharf Rand, was auch interessant ist, um Schnitthaar zu machen beim Einschuss, richtig, ja. Also das hier sind blanke oder kalte Waffen und eigentlich bevorzugt man heutzutage eher Kunststoffgriffe, weil von der Hygiene her das leichter zu reinigen, wie beispielsweise diese alten Irrschhornmesser hier. Ja, richtig. Ich sage immer, im Revier aufbrechen kann ich ruhig mit sowas machen, aber beim Zervierten sollte man schon drum denken, weil das aus hygienischen Gründen das so gemacht. So eine Klinge, wo würde man die einsetzen? Das ist eine Aufbrechklinge, die hat hier so eine verdichte Spitze, wenn ich die Bauchdecke öffne, damit ich nicht das Gescheide verletze. Also entweder nimmt man zwei Finger sozusagen drunter und drückt das runter, aber damit geht das eben auch sehr gut, Aufbrechklinge. Okay, die Säge könnte man auch irgendwo einsetzen, beim Aufbrechen eventuell. Zum Aufbrechen des Schlosses ist das sehr hilfreich oder wenn man nicht genau den Punkt findet, sozusagen die Schlossnaht, dann ist das nicht schlecht oder eben auch für den Brustkorb. Gut, was wären die für ein Teil dann? Das ist ein sogenannter Hirschfänger. Ja, gut. Interessant ist jetzt hier, das ist jetzt, wie gesagt, hier unten ist so ein Holzgriff. Wir haben hier so eine Parierstange, damit ich auch nicht abrutsche, das ist eigentlich zum Abfangen vom Wild, auch gerade speziell vom größeren Wild. Wir haben hier auch so eine Schweißrinne, wo der Schweiß dann raus oder dran vorbeilaufen kann und eine beidseitig geschliffene Klinge, damit es besser eindringen kann. Von früher her gab es eigentlich vier blanke Waffen, die waren immer nur aufgeführt. Das war der Hirschfänger, das Teil, was wir oben an der Wand haben, dann ist der... Ja, die Saufähre ist das da oben. Dann das Messer mit einer ziemlich breiten Klinge, womit geschlagen wurde. Das ist das sogenannte Weitblatt. Weitblatt noch. Genau. Und dann die Nicker, das waren die vier Arten. Die Jagdnickern. Genau. Das ist ein typisches Jagdgebrauchsmesser hier. Damit kann man eigentlich, wie gesagt, alles machen. Schnell stumpf, aber kann man auch schnell wieder scharfen. Genau. Man muss eben bloß noch aufpassen bei den kalten oder blanken Waffen, wegen den ganzen Klingenlängen und allem, und dass wir eben das Bedürfnis dafür brauchen. Also damit kann ich jetzt natürlich nicht überall... Wenn man ein Stück Rehwild abfangen müsste, wie würdest du das machen? Von der Seite her, von dem Stich oder von vorn im Atlas? Nein, ich würde es von der Seite dem Blattfangen machen. Also hinter dem Blatt. Also das sogenannte Abnicken, das ist ja heutzutage... Man darf es noch machen, aber ich finde es nicht tierschutzkonform. Oder man weiß eben genau, wo der Atlaswirbel ist. Aber das wissen eben die meisten nicht. Oh gut. Von vorne durch den Stich abfangen? Würde ich auch nicht unbedingt empfehlen. Hat einen besonderen Namen? Der Weiberfang. Der Kälberfang. Der Kälberfang, ne? Der Kälberfang, ne? Gut, okay. Ich muss auch nicht... Dazu brauchst du auch schon wieder eine längere Klinge. Am besten ist von der Seite eigentlich am sichersten und kann man schneller... Man sollte auch, wenn es geht, von hinten ans Wildrand treten. Auch da. Damit das nicht noch mehr gestresst wird, weil wenn ich von vorne natürlich komme... So ist es. Gut, okay. Was haben wir hier drin? Ja, das sind optische... So optische... Hier haben wir das Fernglas. Fernglas. Von der Bauern her, wie nennen wir das so ein Fernglas? Das ist jetzt hier ein Porro Prismen-Fernglas, der strahlt dann im Prinzip einmal hier um die Ecke. Ein bisschen breiter in der Bauform. Heute hat man meistens die Dachkantprismen-Ferngläser, weil die dann in einem Strahlen dann relativ schmal sind. Optisch nehmen die sich aber in der Qualität nicht. 8 mal 56. Die 8 steht für? 8 ist die Vergrößerung. 56 ist der Objektivdurchmesser angegeben in Millimetern. Und diese Zahlen können wir nutzen, zum Beispiel um die Austrittspupille zu berechnen. 56 geteilt durch 8. Dann kommen wir auf 7 Millimeter. 7 Millimeter wäre dann der Streine, der im Bereich des Oculars, das hier hinten der Bereich, vorne ist das Objektiv, dem Auge, also unserer Pupille, effektiv zur Verfügung gestellt wird. Und die 7 ist dafür ganz gut. Das menschliche Auge kann ungefähr bis zum 30. Lebensjahr maximale Pupillengröße von 7 Millimeter haben. Und dann haben wir eine gute Nachtfähigkeit. Guck, würde das schon mal passen. Und die Dämmerungszahl, hat sich auch irgendwas zu sagen? Die Dämmerungszahl, die errechnet man Objektivdurchmesser mal Vergrößerung und daraus die Wurzel. Das ist ein theoretischer Wert für eine mögliche Detailerkennbarkeit in der Dunkelheit. Theoretisch, es sagt wenig aus, denn wenn ich eine zu geringe Austrittspupille habe, dann sehe ich nichts. Sollte aber bei denen ungefähr bei 21 liegen, dass sie auch in der Nacht noch taugen. Okay, gut. Okay. Kommen wir hier, Jan? Das ist ein Zielfernrohr. Jawohl. Hier hinten habe ich das Okular. Und nach vorne das sogenannte Objektiv. Und zwar hat dieses Zielfernrohr hier eine Vergrößerung von... Ich kann es leider jetzt so nicht ablesen. Ach da. Ja, also von 3 bis 9, das ist ja unüblich, heute sagt man ja 3 bis 12 oder sogar bis 18 mittlerweile. Genau. Mal, ich denke mal, es werden 56 sein. Also 3 bis 9-fach ist die Vergrößerung und 56 ist der Objektivdurchmesser für die Dämmerung. Welche Vergrößerung würdest du anstellen beim Flüchtigschießen? Beim Flüchtigschießen eher eine kleine Vergrößerung. Dadurch ist mein Seefeld größer. Okay. Gut. Schauen wir mal durch. Was ist das Absehen da? Das ist Absehen 4. Absehen 4. Absehen 1. Welche Montage hat das? Das ist eine sogenannte Schwenkmontage.